hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mache ich mein erstes unboxing video also dort wo was neues kommt wo es freigeschaltet hat so ähnlich ich habe jetzt zwölf abonnenten wir sind schon ganz nah an 15 und dann gibt es ein 15 abos special aber wenn ihr mit den zwölf habt ihr schon mal ein neues stofftier freigeschaltet für meine mario serie und zwar den bomben buchu alle kennen den buch und den mario galaxy gab sie noch den bomben buch und den habe ich jetzt mal nach gemacht also selber gemacht ich habe irgendwie das gefühl dass ich der erste bin der so ein stoff tier macht er gemacht hat und ich finde es super cool auch diese zunge liebe ich und jetzt gibt es zu diesem bomben buchu auch noch ein kleines video viel spaß auch mann diese geister abenteuer sind so gefährlich und gruselig ich habe ihn nicht gesagt ich habe ihn nicht gesagt Wieso passt da eigentlich so viel rein? Hä? Was ist denn das für ein 1300? Oh nein, ich kann die nicht einsaugen. Oh, ist der da gerade explodiert? Oh, ein explodierender Geist, oh man, wie das passieren kann. Warte mal, irgendwie erinnere ich mich doch an einen explodierenden schwarzen Geist. Was könnte das gewesen sein? Mario Galaxy. Wow, ich bin angekommen auf den Planeten. Oh Mann, das ist der schlimmste Buhu, den ich je gesehen habe. Na ja, eigentlich ist das ja König Buhu. Na ja, ich muss Mario retten. Ja, ich hatte voll viel Angst. Oh, hör auf. Er wird Mario nie finden. Hey Leute, ich bin's Video. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr weiter abonniert, gibt's vielleicht irgendwann sogar mal King Buhu, also König Buhu. Seid gespannt und schaut wieder vorbei. Tschüss. Gute.